Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich fand das auch eine gute Debatte. Vor allem finde ich es gut, dass sich die meisten Fraktionen hier einig sind, dass es ein großer Fehler war, dass es in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten derartige Streckenstilllegungen gegeben hat, dass wir dringend eine Kehrwende brauchen und dass es notwendig ist, Strecken auszubauen und eben auch stillgelegte Strecken zu reaktivieren. Das finde ich wirklich einen guten Fortschritt. Ich meine, jetzt 25 Jahre nach der Bahnreform, die wirklich nichts Gutes in diesem Land angerichtet hat, finde ich das erst einmal wichtig, dass es hier ein breites Bekenntnis zum Ausbau des ÖPNV und auch des Fernverkehrs gibt. Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich auf zwei Punkte kurz eingehen möchte. Das eine ist die Frage, die Herr Müller angesprochen hat, die Frage der Verlagerung der Kurzstreckenflüge auf die Bahn. Es gibt auch sehr gute Zahlen der Bundesregierung, wo man noch einmal nachschauen kann, selbst bei den heutigen Kapazitäten, wie viel Prozent der Kurzstreckenflüge jetzt schon verlagert werden könnte. Ich sage einmal so, ich finde es gut, dass es eine Debatte gibt, die hier angestoßen wurde, und zwar sowohl von den GRÜNEN, von Annalena Baerbock, von Olaf Scholz, von der SPD. Wir als LINKE haben die Debatte auch mit angestoßen, dass wir über die Sinnhaftigkeit von Kurzstreckenflügen reden müssen. Dass es vor Corona immer noch sieben Flüge am Tag von Frankfurt nach Stuttgart gab, ist ein Normalzustand, zu dem wir nicht mehr zurückkehren müssen. Diese Flüge können auf die Bahn verlegt werden. Niemand muss von Frankfurt nach Stuttgart fliegen. Deswegen finde ich es gut, dass es diese Debatte jetzt gibt, weil angesichts des Klimaschutzes das dringend notwendig ist. Deswegen ist auch die Frage, wie man das gestaltet und dass man das Bahnfahren deutlich attraktiver macht, auch durch die Preisgestaltung, dass man nicht kurzfristig billiger fliegt, als man in die Bahn steigt. Ich will zu der zweiten Sache, die Herr Müller, wenn er mir seine Aufmerksamkeit schenken würde, Stimmt, wir haben ja keinen Mangel an Müllern in diesem Haus. Einige sagen, es ist kein Name, sondern eine Sammelbezeichnung. Das ist in diesem Fall ein paar Jahre lang, weil Sie sich etwas überrascht gezeigt haben. Ich gebe Ihnen durchaus recht. Ich war auch etwas überrascht, als ich tatsächlich gelesen habe, dass die Bahnpreise in der Schweiz billiger sind als in Deutschland. Denn jeder von uns, der schon einmal in der Schweiz war, weiß, dass dort alles ziemlich teuer ist. Ich war tatsächlich auch überrascht. Aber es gibt eine Studie des Informationsdienstes für den öffentlichen Verkehr, und die haben verschiedene europäische Länder miteinander verglichen, was die Preise angeht. Sie haben sich aber nicht einzelne Ticketpreise angeschaut und miteinander verglichen, sondern eben Mobilitätssituationen – Nein, das ist ja ein Unterschied – nicht einfach nur, wie viel Strecke, sondern sie haben sich die Mobilitätssituationen angeschaut. Was geben Pendler aus? Was geben Menschen, die jetzt fernreisend machen innerhalb der Schweiz aus? Die haben das miteinander verglichen. Ich war auch ziemlich überrascht, dass die Schweiz im unteren Mittelfeld gelandet ist, und zwar deutlich unterhalb der Preise, die bei der Deutschen waren, sowohl was die Preise angeht, was aber auch die Preisentwicklung angeht. Die Preisentwicklung in den anderen europäischen Ländern, also in den Niederlanden, in Großbritannien, in Frankreich, Italien, Österreich und Deutschland war die Vergleichsländer, und dass es in den meisten Ländern deutlich mehr angezogen ist als in der Schweiz. Ich habe mich auch tatsächlich überrascht, dass es so ist. Aber wie gesagt, die Studie können Sie sich vielleicht einfach noch einmal anschauen. Danach war sowohl bei der Frage über Pendeln und Nahverkehr das deutsche Preisniveau darüber, als auch was Reisen durchs Land angeht. Das ist auch ein Kernansatzpunkt, wenn wir über die Frage des Ausbaus von Strecken reden. Wie gesagt, ich finde das wichtig. Ich finde, das geht nicht schnell genug. Aber ich finde es richtig, dass das hier Thema ist und dass das angegangen wird. Es geht aber auch um die Attraktivität des Bahnfahrens zu erhöhen. Da geht es natürlich um die Frage des Preises, um die Frage der Barrierefreiheit, um die Frage der Geschwindigkeit und eben auch der Taktung. Es ist vollkommen klar, dass, wenn man eine schlechte Taktung hat und man einfach weiß, man muss einmal umsteigen und verliert dann wegen einer halben Stunde Umsteigezeit enorm viel Zeit, dann der Umstieg vom Auto doch oftmals nicht gelingt. Deswegen finde ich es notwendig, die Frage auch ins Zentrum zu stellen, wie wir Bahnfahren in Hessen, in Deutschland attraktiver machen können. Wie können wir mehr Menschen für den öffentlichen Verkehr gewinnen, um Alternativen zum Auto zu schaffen, für die Menschen, die kein Auto haben wollen oder kein Auto haben können, dass sie eben auch mobil sind. Das ist eine Aufgabe für die Zentren und für die Ballungsgebiete, aber natürlich auch für den ländlichen Raum, der heute mehrfach angesprochen ist. Eine Bahnstrecke macht den ländlichen Raum deutlich attraktiver und verhindert, dass immer mehr Menschen aus dem ländlichen Raum wegziehen, in die Städte ziehen, weil sie dann ganz anders mobil sind. Vielen Dank.